Servus Bros und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei F4B und endlich ist auch die Champions League aus der Winterpause zurück. Die K.O. Phasen beginnen und deswegen werden wir heute drei Partien machen. Einmal Bayern gegen Dortmund, Man U gegen Juve und natürlich das El Clasico, Barca gegen Real. Für uns ist natürlich klar, dass die Partie nicht im 8. Finale stattfindet, aber wir haben die Trikots einfach nicht. Ja und bevor wir da irgendwas komisches anziehen, machen wir einfach die Partien 1 gegen 1, Lobis geht gleich in den Kasten und dann schauen wir mal welcher deutscher Titelkandidat bei uns bei dieser Begegnung herauskommt. Jeder von uns wird fünf Versuche haben und man darf sich einmal diesen Ball hier rauspicken, der wird dann doppelt zählen und ja, let's go. Ja Junge, was eine Maschine im Tor. Ja, jetzt kann man ein bisschen Risiko eingehen, deswegen nehme ich jetzt schon den Doppelten. Ja, jetzt kann man ein bisschen Risiko eingehen, deswegen nehme ich jetzt schon den Doppelten. Sehr, sehr, sehr steif rausgehoben. Nutzt es auch den Zweier für ein bisschen Risiko? Nein. Muss ja gewinnen. Nein! Oh, er war dran! Ja! Nein! Oh! Wo ist es, dass der heute noch kommt? Der Heber musste kommen. Loris hat es gewusst. Er war einfach schlecht ausgeführt. Ja, selbst schuld. Macht er stark! Macht er stark! Okay, das ist jetzt Marco für den Sieg. Ich hoffe einfach, dass Los hier rauskommt. Oh, jetzt! Bock stark, ja! Ja! Es war los! Damit geht Challenge Nummer eins. Schweren Herzens aber doch verdient. Ja, an Marco und Dortmund. So wird es natürlich auch in der Bundesliga im Titelrennen ablaufen. Aber kommen wir zur nächsten Challenge. Jure gegen Man U. Beides Stationen von Cristiano Ronaldo. Deswegen machen wir jetzt auch eine Freistoß-Challenge. Hoffentlich kann ich ihm diesmal in die Schranken rein. Let's go! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 morris! Ciao, 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 morris! Feier! Wow! Good Tag, Jungen! Good Tag, Junge! Come, morris! Ziiiun! Vamos! Druck! Wie eklig! Wie eklig! Geh mir aus den Augen, du ekliger! Ich lasse Schmarco mit einem ekligen. Ich zieh nach. Ich könnte den Druck so erhöhen. Ja! Ist der geil geflogen, Junge! Ist der geil geflogen! Aber daneben! Komm, Loris! Ja klar, wie soll ich da reinkommen? Schlebt sie, wo der einschlägt. Das war ein Moral durch. Damit entscheidet Marco auch Challenge 2. Unverdient für sich. Ein flacher Schuss. Was soll denn los? Das persönliche Duell ist damit schon entschieden. Aber wir haben noch eine dritte Challenge. Barca gegen Real. El Clasico darf bei einem Champions-League-Spiel natürlich auch nicht fehlen. Genauso wie ein Elfmeterschießen. Also, ich repräsentiere Real. Real spielt dreckig und effizient. Dreckig und effizient. Oh, nein! Ich verkarg sofort! Los! Serre! Ja! Juhu! Juhu! Ist der Marco da ein bisschen zu locker, weil er schon beide gewonnen hat? Warte mal, war es nicht? Juhu! 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 Vier die Ehre! Yep! Juhu! 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 Wenn ich eine heutige Begegnung nicht gewinnen wollte, dann wären das es die electyle! Aber mein Gott, wenigstens konnte ich meine Ehre ein bisschen wieder herstellen. Verdient geworden. Dankeschön. Oder meintest du dich? Jetzt hätte ich voll reinlaufen können. Das sind also unsere drei Titelfavoriten für dieses Jahr Champions League. Jeder kann jetzt noch sagen, PSG gehört dazu. Wir haben halt kein Trikot, sorry. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, welche drei Favoriten ihr habt für dieses Jahr. Bleibt sportlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Bros. Ciao.